hallo ich befinde mich heute mal in einer heide also wir sind hier das ist alles heidekraut wir haben sandboden dazwischen flechten sehr viel vorrangig kiefern und bürgen dazwischen ich möchte euch mal eine nachtfalter art vorstellen die viele von euch sicherlich schon mal gehört haben das ist kleine nachtfauen auge saturnia pavonia die art ist nacht aktiv also die weibchen vor allen dingen aber man kann trotzdem auch den falter tagsüber umherfliegen sehen auf der suche nach weibchen also ein sehr schnelles flugverhalten schießen dann immer nur so durchs bild kann ich euch jetzt leider nicht zeigen da ich keine sehe aber die art lebt zum beispiel eben hier in heidegebieten es ist sehr weit verbreitet also lebt in unterschiedlichsten lebensräumen aber eher strukturreiche lebensräume waldränder lichtungen heideflächen moore also eben strukturreich so ein bisschen frisst auch an verschiedenen pflanzen das ist vor allen dingen das heidekraut das können sein schlähen das können er hat auch noch diverse andere arten sein und hier bin ich eben jetzt mal in der heide mit heidekraut und ich möchte euch einfach mal zeigen wie also die ersten lebenszyklen im endeffekt von dieser art sind was vielleicht jetzt nicht unbedingt das einfachste zum nachweis aber wenn man mal darauf achtet kann man sie doch ganz gut finden und zwar ist das besondere wir haben hier mit einer art zu tun die ihre eier in eipaketen so genannten ablegt bzw direkt um den stamm herum legt und sehr 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 viele eier ablegt gleichzeitig also wir sehen hier das sind alles eier alles was jetzt im bild sehen und die sind aber schon geschlüpft also sind kleine öffnungen das heißt hier schlüpfen sehr viele rauben aus diesem eipaket die sich dann verteilen in dem fall jetzt hier haben sie sich sehr weit verteilt normalerweise sitzen sie eher konzentriert auf einer stelle das ist auch so ein bisschen besonders in den jungen stadien fressen sie oft gemeinsam bilden sogenannte rauben nester jetzt sind hier so ein bisschen immer an den endständigen knospen trieben sehen wir jetzt hier mehrere kleine schwarze rauben und das ist vom kleinen nachtfallenaug jetzt die raupe hier sind sie jetzt eben zusammen meistens was jetzt hier so ein bisschen weniger typisch ist vielleicht dass sie trotzdem sehr verteilt sind und auch einzeln überall sitzen können also alles was wir jetzt hier so sehen diese kleinen schwarzen rauben überall das sind alles kleine nachtfahnaugenrauben bekomme ich jetzt leider nicht scharf aber auf jeden fall gehen wir weiter weg sehen wir hier überall diese kleinen schwarzen punkte zwischendrin verteilt das heißt aus diesem rauben nest sind die rauben geschlüpft aus diesem eipaket sind die rauben geschlüpft bilden so kleine rauben nester in dem fall jetzt eben weiter verteilt normalerweise eher gedrungener auf einem haufen und dadurch kann man sie auch ganz gut erkennen sie fressen dann auch besonders jetzt wenn sie ein bisschen älter sind relativ viel und fressen auch teilweise die stengel kahl also dadurch dass die so eine große masse haben dass sie so viele eier auf einmal ablegen kann man sie oft dann schon dadurch erkennen dass ich einfach so viel abfressen und dann der stengel einfach kahl ist aber man kann auch jetzt zum beispiel auf diese eier achten die heben sie jetzt hier von den blüten der heide so ein bisschen zumindest ab natürlich immer noch sehr gut getarnt aber wenn man weiß worauf man achtet kann man sie schon finden und dann eben vor allen dingen diese schwarzen cluster wirklich also diese rauben nester jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz typisch aber man kann schon ungefähr erkennen also von weiden auch erkennt man sich schon so diese schwarzen kleinen knubbel im endeffekt an den trieben die kleinen rauben nester und dadurch kann man die art finden zum beispiel eben auch an schlähe auch hier ist dann sehr typisch also an schlähe sieht man es noch besser die eier weil die nicht so gut getarnt sind wie jetzt hier an der heide und auch da fressen sie dann teilweise ganze äster kahl und man kann diese schwarzen rauben nester sehr gut nachweisen ja das wollte ich euch einfach mal zeigen ist mal wieder was anderes noch eine sehr schöne art ein faunen spinner und ja eben durch die rauben und eiersuche einigermaßen nachweisbar vielleicht ein ganz kurzer nachtrag nur weil ich jetzt hier das nächste nest gefunden habe und ja man sieht es eigentlich hier schon wieder von weitem ist es ein bisschen typischer man sieht diesen schwarzen knall am ende von dem zweig das ist ein eher typischeres raubennest wir sehen auch jetzt wieder überall verteilt in der vegetation drin einzelne rauben sitzen aber hier doch schon typischer vor allen dingen dieser bereich wo eben wirklich relativ viel rauben aufeinander oder beieinander sitzen und dann auch erst kahl fressen und das sieht man wirklich schon von weitem also das ist wirklich typisch dann womit man die art relativ gut finden kann die einzelnen rauben sind sehr schwer nachzuweisen aber wenn man wirklich so ein rauben nest irgendwo vor sich hat dann sieht man das meistens schon relativ von weitem genau das wollte ich noch mal kurz zeigen